Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. Das passiert in Apostelgeschichte 1222, als die Menschen hier, in anderen Städten, Gott wirkt, oder dort verteilt wird, dort sich auch Menschen bezieht und so weiter, dann wird auf einmal einer reiht, du hattest, du hattest, du hattest, du hattest, du hattest, du hattest, du hattest. Und dort lebe ich erst, was sehr goudet. Wir sollen nicht Angst haben, woher fahren und nur tschitzen. Die Bibel sagt, wir sehen, tschitzen, was passiert, das Goude mitnehmen und das Schlechte weistdäunen. Viel te lang sind Menschen dort die Rede, in Rede, in Rede, und wird viel schlechter und falsches Zeugnis hier in Geschwistern abgebracht. Und das bringt große Weihdäunen und große Wunden. Und wir trainen uns, um das Schwaar Verzöhnung zu finden, unser Herr. Und in der wirklich Zeit sind wir niemals dort gewesen. Wir sind niemals dort beim Gottesdienst gewesen und haben täglich auf die wirkliche Bibel gepredigt worden, auf die Menschen Jesus leben, auf die Menschen Buße, der Neue Ehrer Sünde, auf die Menschen die Vergebung von Jesus Christus auch nehmen. Und wenn wir Jesus ohne Nummer haben, dann brauchen wir nicht Angst haben. Und dann ziehen wir das Bild vorstrahlen, auf das von Gott ist oder auf das nicht von Gott ist. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort groß ist und helfe uns zu sehen, wo du wirktest. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Das wird eine Produktion von Jesus Responde auf dem Munde heute. Der Tipp muss wie der Nummer Jesu gerade schreiben über Paraguay und der Welt. Kontakt uns in der Info arroba Jesus Responde.com